ihr lieben willkommen zu einer neuen folge ali der bastler ich habe vorhin eingekauft ich habe mir hier ein paar kiefer leimholzplatten gekauft oder bretter gekauft eine birke multiplex platte in sechs millimeter dicke an den brettern werde ich die kanten erstmal absägen weil mir diese abrundung diese phase die da dran ist nicht gefällt wenn das ganze nachher festschrauben und dann die bohrlöcher später dann mit einem mit einem rundstab beziehungsweise runden dübeln die wir uns dann passend zuschneiden einfach die bohrlöcher schließen gut fangen wir an mit dem zuschnitt der bretter und dann können wir mal gucken wie die maße nachher aussehen so jetzt müssen wir hier mal unsere 120 millimeter von der kante ab machen wir dann hier erst mal mit dem winkel unsere markierung so das ist boden und deckel das sind ja die bretter die das das sind ja die zwischen bretter damit haben wir unsere 120 millimeter gesamthöhe die werden wir jetzt auch auf länge zu schneiden unseren schiebeschlitten machen wir das mal schnell so das ist einmal boden und deckel diese 320 millimeter hohen bretter zugeschnitten darauf kommt nachher der deckel drauf so 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 nehmen wir uns hier jetzt eins dieser seitenwände so 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 Dann mal los. Dann mal los. So, zwei, drei Tage gewartet, bis es durchgetrocknet ist. Jetzt kommen wir zu dem Schubkasten. Der kommt hier auf die linke Seite, also von euch aus rechts, glaube ich. Naja, ist ja auch egal. Dafür nehme ich die Bretter, die ich am Anfang falsch zugeschnitten hatte. Die Maße, die reichen vollkommen aus. Davon werde ich jetzt den Schubkasten bauen. Allerdings nicht in der Dicke. Also das sind 18 mm für den Schubkasten doch etwas zu dick. Das werde ich mal einfach auf 10 mm runterhobeln. Dass ich das nicht mal wieder schleppen muss. Das jemand bei der Dicke. So, jetzt geht's. So, die Gehrungen, die haben wir auch zugeschnitten. Ich habe darauf geachtet, dass das alles gleichmäßig ist, dass die Bretter nicht unterschiedlich lang sind, denn dann kann es nämlich passieren, dass es am Ende nicht richtig passt, dass wir eine offene Verbindung haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so wird. Werden wir später sehen. Vorher, bevor wir das Ganze verleimen, werde ich dem Ganzen eine Nut einfräsen, 6 mm, 6,2, denn da kommt nämlich die Bodenplatte, 6 mm Multiplex und dann können wir das Ganze verleimen. Wir machen jetzt mal den 6 mm Nutfräser aus und werden erstmal einen Durchgang machen mit 6 mm. Dann werden wir den Anschlag etwas verschieben und dem Ganzen dann so circa 6,5 oder 6,3 verpassen, weil das Brett oder die Platte, die hat nämlich ein Maß von 6,1, 6,2. Dann fangen wir das Teil jetzt mal kurz hoch. So, fest ist es. Wir werden jetzt so circa die Hälfte nehmen. Wir haben jetzt hier eine bewegliche Skala, ein Lineal und eine Markierung an dem Parallelanschlag. Da setzen wir die Null direkt an die Linie und jetzt können wir den Anschlag um 2 mm oder sogar 3 mm verschieben. Ziehen das Ganze fest und so bekommen wir eine breitere Nut. Die Bodenplatte Die Bodenplatte So, den Bodenplatte So, den Bodenplatte haben wir jetzt zugeschnitten. Jetzt können wir das Ganze verleimen. Dazu hole ich mir meine Spanngurte oder mein Spanngurt. Vielleicht reicht ja einer. Ein bisschen Leim. So. Ein langes, ein kurzes Stück. Drehen das Ganze jetzt einmal um. Zack. Schön in die Fuge. Ein langes, ein langes, 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 langes. Als es mache... ... Mit dem Spanggurt würde ich dem ordentlich Druck geben. Mittig anziehen und immer nachher darauf achten, dass es auch im Winkel bleibt, ob das alles im Winkel ist. So lassen wir das. So lassen wir das erstmal trocknen. Nach ca. 20 bis 25 Minuten können wir das Ganze jetzt lösen. Wir gucken erstmal, ob das Ganze überhaupt in diesen Kasten reinpasst. Gedacht ist es ja für die Seite. Ja, bisher passt es, wird ein bisschen eng, aber nach dem Schleifen wird sich das wahrscheinlich ändern. Also bis hierhin funktioniert das. Ab hier, wenn man das jetzt ein bisschen runter schleift, wird das nachher passen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich kann nochmal leicht abschleifen, sonst wäre es zu scharfkantig. beschliffen. Jetzt testen wir das nochmal. Und dann gucken wir, ob das passt. Pass genau. Und hinten habe ich jetzt etwas Platz übrig. Da kommt auf jeden Fall eine Leiste hin. Das mache ich dann hier aus den Resten. Das wird dann der Stopper sein. Ich habe das Ganze ja vorher geölt. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Leim hält. Oder sollte ich da PU-Kleber nehmen? PU-Kleber würde das Ganze vielleicht halten. So, den Schubkasten, den lasse ich jetzt drin. Nehme mir die Leiste und schmiere mir jetzt hier von dem PU-Leim was drauf. Natürlich habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Was ich gemacht habe, ich habe jetzt den Schubkasten so weit nach hinten geschoben, dass es vorne bündig ist. Und die Leiste angebracht. Mit diesen Federklemmen habe ich das Ganze jetzt erstmal fixiert. Und wie ihr sehen könnt, wird das Ganze jetzt auch schäumig. Das heißt, das fängt an, an den Seiten auszutreten. Das dichtet ab und wird auch später schön hart, sodass man das dann mit dem Stechbeitel abkratzen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das auf? Wir bauen dafür einen Griff. Nur woraus soll ich das machen? Aus Holz oder aus einem Stück Leder? Dann machen wir uns einen Griff aus Leder. Das wäre zu hell. Irgendetwas Kontrastvolleres. Das wäre was... Moment mal. Wie wäre es eigentlich, wenn ich diese Aussparung, die ich hier reingefräst habe, mit Leder beklebe? Das wäre doch auch eine gute Idee, oder? Ich probiere das mal aus. Ich probiere das mal aus. Kleber. So. 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 dann kann das schon mal etwas trocknen 10 bis 15 minuten nach 15 minuten legen wir jetzt das leder hier rein und sollen laut beschreibung kurz aber kräftig drücken da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein denn hier war das material auch etwas knapp so jetzt kann das hier auch trocknen währenddessen gehe ich was essen dann schneiden wir die überstehenden stellen sauber ab nachdem jetzt das leder bzw der kleber trocken ist nehmen wir uns hier eine sehr sehr scharfe klinge und fahren bündig mit der holzoberfläche und schneiden das leder vorsichtig ab wie gesagt das ist wirklich sehr scharf mit etwas bienenwachs können wir das leder schön einreiben ich habe jetzt hier so ein drei zentimeter breiten streifen das werden wir jetzt doppelt zusammen legen dann schneide ich mir hier das stück mal ab ist es da Das war's für heute. 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 Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr Spaß an solchen Projekten habt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.